Der Bauforum 24 TV Nordbau Report, präsentiert von HKL Baumaschinen. Mieten. Kaufen. Service. Ich bin Janis Wulfes, komme aus Niedersachsen. Ich bin Tim Wellberg aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin Kevin Hofacker, ich komme aus Hessen. Ich bin Fliesenleger und trainiere hier für die Euroskills in Göteborg. Wir sind im Trainingscamp des Nationalteams des Deutschen Baugewerbes. Hier trainieren vier Gewerke für die Europameisterschaft, die im Dezember in Schweden in Göteborg stattfinden wird. Es sind die Maurer, die Schukateure, die Fliesenleger und die Zimmerer. Jedes Gewerk hat seinen eigenen Trainer und seine eigenen Teilnehmer. Ich bin Josef Gruber, Trainer für die Stukateure. Das Ganze ist übel, 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 übel. Zeit ist bei der Meisterschaft ein ganz großes Thema. Knapp gesetzt und es ist schon was dabei. Die größte Herausforderung ist, den Aufrüst zu machen, wie man auf der Platte sieht. Alles im grünen Zollbereich. Machen Sie alle gut. Machen alle gut, ja. Wir haben viel Interesse, viel Zuspruch. Wir hatten gestern viele Schüler hier, die sich das angeschaut haben. Wir haben Unternehmer, die kommen, Verbandsmitglieder. Wir haben aber auch junge Gesellen, Angestellte. Und die alle fasziniert sind von dem, was die jungen Leute leisten. Die Firma muss schon dahinter stehen, weil es sind halt schon viele Ausfälle. Wir haben alle zwei Monate ein Training und da muss der Chef halt auch einen freistellen. Und wir fehlen halt schon viel in der Firma. Aber nichtsdestotrotz müssen die Teilnehmer ihren Urlaub investieren, müssen viel Freizeit investieren, damit sie diese vielen Trainingsstunden eben auch tatsächlich absolvieren können. Also ohne geht es nicht. Wir sind ein bisschen Medaillen verwöhnt in den letzten Jahren. Und wir wünschen den Jungs das Allerbeste für Göteborg. Und wir hoffen natürlich, dass es wieder die ein oder andere Medaille geben wird. Der Bauforum 24 TV Nordbau Report Präsentiert von HKL Baumaschinen Mieten, Kaufen, Service Bauforum 24 TV Construction in Motion